Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sieht aus, als kommt ein Sturm. Fühl dich nicht auf wie ein Baby, Griffin. Ich habe keine Angst. Wie willst du herkommen? Mit wem redest du? Maddy! Madison! An wen sollten wir uns sonst wenden? Es war richtig, zu uns zu kommen. Wir haben es hier anscheinend nicht mit einem klassischen Fluch zu tun. Ich habe etwas derartiges noch nie gesehen. Das ist ein neuer, sehr viel stärkerer Poltergeist. Maddy? Du musst sofort zu uns zurückkommen, Schatz. Maddy? Befreit eure Seelen. Hälter! Sie wissen bereits, was euch Angst macht. Hälter! Gib diese Familie frei! Verlasse dieses Haus! Irgendwas stimmt nicht, Mom.